Tja, und das Bedürfnis nach Sicherheit haben viele Menschen auch, wenn es um ihr Zuhause geht. Deshalb entstehen weltweit immer mehr Wohnviertel hinter hohen Zäunen, sogenannte Gated Communities, auch hier bei uns in Deutschland. Ich möchte Sie einladen, zusammen mit uns einen Blick hinter die Zäune zu werfen, denn hier gibt es überraschenderweise nicht nur schutzsuchende Menschen, sondern auch extrem skurrile Wohnwelten. Ein Zaun mitten in Berlin. Sieht ja nicht sehr einladend aus. Das hier ist keine Geheimdienstzentrale, sondern eine besonders sichere Wohnanlage im Hippenviertel Prenzlauer Berg. Und gleich neben die Einfahrt hat der Architekt ein Häuschen gesetzt. Das schauen wir uns mal näher an. Tatsächlich, das ist ein Wachhäuschen. Wie in einer Kaserne, heißt wenn die Bewohner wollen, können sie sich abschotten. Nachts ist das Tor zu. Wohnviertel hinter Zäunen, das nennt man Gated Community. Für die Berliner ein komischer Gedanke. Ich persönlich würde da nicht wohnen wollen. Also, dass man unten immer Bescheid sagen muss, wenn man rein möchte. Nee, nicht für mich. Anderswo auf der Welt ist das seit Jahren ein Wohntrend. Und deshalb fliegen wir mal los und schauen uns das an. Und zwar in Florida, in den USA. Dort gibt es schon heute hunderte Gated Communities. Und eine ganz besondere in einem Freizeitpark. Auf dem Gelände von Walt Disney World. Gleich hinter einer Schranke kann man wohnen. Im Traumland aller Mickey Mouse Fans. In rund um die Uhr bewachten Luxusvillen. Mit einem großen Firmenlogo auf jedem Haus. Und zwischen den Villen finden wir gleich die ersten Bekannten aus alten Zeichentrickfilmen. Da ist Ariel, die Meerjungfrau. Und die sieben Zwerge gibt es auch. Da ist Schlafmütze. Da ist Brumbeer. Und hey, hier haben wir auch den Leiter der Community. Paige Pierce ist Manager beim Unterhaltungskonzern, der den Ort hier gebaut hat. Jetzt mal ehrlich, warum will jemand hier wohnen? Eine unserer Bewohnerinnen hat mal gesagt, und daran erinnere ich mich immer, ich möchte die Oma sein, die bei Disney lebt. Und das finde ich wirklich stark. Das mit dem Buy Disney nehmen die hier wirklich ernst. Denn überall in Golden Oak, so der offizielle Name, findet man klare Zeichen, welcher Unterhaltungskonzern hier das Sagen hat. Im schicken Clubhaus für die Bewohner lächelt der Firmengründer von der Wand. Dafür hat das Wohnen auf dem Freizeitparkgelände einen ganz klaren Vorteil, nämlich abends. Wir bieten sogenannte Extra Magic Hours. Unsere Parks sind dann abends extra etwas länger in Betrieb. Und alle Bewohner von Golden Oak können dann noch in den Park, wenn er für die normalen Besucher schon geschlossen hat. So können Sie also ein Fahrgeschäft nach dem nächsten fahren und länger bleiben als alle anderen. Wir würden jetzt natürlich gerne ein paar Bewohner interviewen. Das hat der Konzern aber verboten. Immerhin darf unser Team einen Blick in eines der Häuser werfen. Hier gibt es ein echtes Prinzessinnenzimmer. Entworfen nach dem Film Frozen. Und es gibt auch ein paar eher versteckte Details. Eine Besonderheit sind die versteckten Mickeys in jedem Haus. Wir haben auch Bilder von unseren anderen Figuren in den Häusern. Das ist besonders und sehr schrullig. Um hier zu wohnen, muss man also spaßig drauf sein. Das und ein bisschen reich. Das billigste der 450 Häuser kostet 1,7 Millionen Dollar. Dafür bekommt man in jedem Zimmer eine hochkonzentrierte Dosis Mickey Mouse. Bis zu Bildern und Möbeln bestimmen Designer des Konzerns, wie es in den Häusern aussieht. Besonders individuell wohnen kann man hier also nicht. Selbst das Wohnzimmer fühlt sich irgendwie künstlich an, wie eine Freizeitparkattraktion zum Drinwohnen. Die Anlage soll besonders beliebt bei brasilianischen Millionärsfamilien sein. Aber es gibt noch ganz andere Gated-Communities als die hier. Ein Traumland für Disney-Fans, das kann sich jeder vorstellen. Aber was bitte ist eine Fly-In-Community? Ganz einfach. Wer hierher will, nimmt am besten das Flugzeug. Denn auf dem Landweg darf man Spruce Creek nur mit einer Anmeldung und nach einer gründlichen Passkontrolle betreten. Die Nachbarn teilen sich eine Landebahn. Die ist mitten im Ort. Und nach der Landung können wir hier einfach weiterrollen. Denn in Spruce Creek gibt es durch den ganzen Ort Straßen für Flugzeuge. Was uns gleich auffällt, irgendwie haben die Menschen hier besonders große Garagen. Und das nicht, weil sie große Autos haben. Das müssen wir uns mal näher anschauen. Da stehen Fahrräder, verschiedener Kram und ein Flugzeug. Wir treffen den Hausbesitzer. Dieter Kanye aus Deutschland. Er ist zusammen mit seiner Frau nach Florida ausgewandert. Hier ist ihr Wohnzimmer. Ihre Terrasse und eine Tür weiter steht tatsächlich das eigene Flugzeug. Hier sieht es eher aus wie in einer Hobby-Garage als in einem Luxushangar. Das Klischee, dass sich in Gated-Communities nur Superreiche vor der Außenwelt abschotten, scheint schon mal nicht ganz zu stimmen. Es ist eine Gated-Community, die in Amerika nicht unüblich ist. Das haben viele Leute auch, die nicht Flugzeuge im Hangar haben. Der entscheidende Punkt ist, dass hier Leute zusammenkommen, die von einem gemeinsamen Interesse erst schon mal geprägt sind. Und die auch über die sozialen Schranken hinweg hier alle miteinander kommunizieren. Es ist nicht so, dass hier nur Millionäre und Multimillionäre leben. Davon gibt es hier auch ein paar. Aber die meisten Leute, auch die, die wir bisher alle sind getroffen haben, sind ganz normale Leute. Normal ist in Spruce Creek natürlich relativ. Denn hier sind alle flugzeugverrückt. So sieht es aus, wenn sich die lokale Kunstflugstaffel auf ihr nächstes Manöver einstimmt. Und das hier ist die jährliche Weihnachtsparade. Der Mann auf dem Doppeldecker ist übrigens der örtliche Immobilienmakler. Anscheinend haben hier alle Bewohner eines gemeinsam. Nicht Geld oder Angst vor der Außenwelt, sondern die richtige Menge Kerosin im Blut. Hallo, ich bin Bob. Bob Gant. Freut mich. Komm rein. So wie er hier. Bob Gant. Jetpilot, Kunstflieger und Bestsellerautor von Thrillern, die alle in einer Art Top-Gun-Welt spielen. Eins seiner Werke gibt es sogar als TV-Serie. Pensacola, Flügel aus Stahl. Hammertyp. Was bringt so jemanden wie ihn in eine Gated Community? Ich habe vorher in einem anderen Teil Floridas gelebt. In einem Kaff namens Igelnest. Es war nett dort, aber auch recht ländlich. Drumherum lebten vor allem Bauern. Damals habe ich immer wieder Geschichten von diesem Ort, Bruce Creek, gehört. Vom Alter her könnte Bob auch mit seinem Golfwagen durch ein Rentnerdorf zuckeln. Aber er mag es halt ein wenig rasanter. Und damit ist er hier offenbar nicht der Einzige. Die meisten hier sind in Rente. Viele waren früher bei Militär- oder Airline-Piloten, so wie ich. Aber sie sind nicht wirklich im Ruhestand. Sie sind sehr, sehr beschäftigt. Entweder fliegen sie Flugzeuge oder sie bauen Flugzeuge. Moment. Rentner, die Fluggeräte bauen? Gibt es tatsächlich in Spruce Creek. Das hier ist ein selbst zusammengeschraubter Ein-Mann-Helikopter. Und er fliegt tatsächlich. Ältere Männer, die in der Einfahrt ihr Auto waschen, kennt man ja aus der Nachbarschaft. Aber den selbstgebauten U-Schauber polieren, macht nur er hier. Warum eigentlich? Um Spaß zu haben. Ich habe ihn als Herausforderung gebaut. Ich habe zwar 40 Jahre lang als Flugzeugmechaniker gearbeitet, aber ich wollte eine neue Herausforderung. Und von Helikoptern hatte ich bis dahin keine Ahnung. Mit dem eigenen Heli zum Frühstück. Das ist hier ganz normal. Denn die Bewohner von Spruce Creek benutzen ihre Fluggeräte so alltäglich wie andere Menschen ihr Auto. Deshalb sind die Straßen hier nicht einfach Straßen, sondern gleichzeitig auch Taxiways für Flugzeuge der Bewohner. Statt einer Autowerkstatt gibt es hier, logisch, eine Flugzeugwerkstatt. Denn auch Propellermaschinen müssen regelmäßig zur Inspektion. Wie gerade das Flugzeug von Bob Gant, den wir vorher getroffen haben. Anderswo gilt Fluglärm als schlecht für die Wohnqualität. Hier in der weltgrößten Fly-in-Community sind die beliebtesten Häuser gleich an der Landebahn. Irre. Aber warum ist Spruce Creek jetzt eingezäunt? Und bewacht? Dafür besuchen wir den Mann, der das Geheimnis von Spruce Creek kennt. Tim Plunkett war schon hier, als es außer einer Landebahn und ein paar Häuser nichts gab. Aber dann kam Hollywood. Und das änderte alles. Ich würde sagen, die Veränderung begann mit John Travolta. Der ist als berühmter Schauspieler hierhergezogen. Er hatte gerade eine kleine Auszeit vom Filmgeschäft genommen und er liebte Flugzeuge. Er besitzt einige Flugzeuge und hat ein paar seiner Jets mit hierhergebracht. Er hat ja ein paar Jahre lang gelebt. Irgendwann haben das dann seine Fans mitbekommen. Und auf einmal kamen die Leute hierher und stahlen Erde aus seinem Vorgarten. Oder wollten Fotos machen. Wir hatten also durch die Bekanntheit echte Sicherheitsprobleme. Dagegen mussten wir was tun. Und jetzt haben wir deshalb ein sehr, sehr gutes Sicherheitssystem. Ein Hollywood-Star ist also schuld, dass hier alles so streng bewacht wird. John Travolta ist zwar weggezogen, aber heute leben hier andere super Reiche. Ja, lasst mich euch mal das Haus meines Nachbarn zeigen. Dieses wunderschöne da hinten. Das ist gar kein Haus. Das ist ein Hangar. Darin steht sein Düsenjet. Von vorne sieht es aus wie ein Haus. Aber das echte ist eigentlich da drüben. So etwas ist typisch in Spruce Creek. Diese Architektur findet man hier häufig. Ob superreich oder normalo. Ob Luxusjet oder antiker Doppeldecker. In dieser Community haben die Menschen etwas gefunden, was sie mit ihren Nachbarn über fast alle Einkommensgrenzen hinweg verbindet. Ein gemeinsames Hobby. Und das lässt sich in einer Gated Community ganz offensichtlich noch etwas hemmungsloser ausleben, als draußen in der normalen Welt. Ein Himmel ohne Unwetter ist wichtig. Jeden Freitagabend. Denn hier trifft sich ganz Spruce Creek zum größten gesellschaftlichen Ereignis im Ort. Dem wöchentlichen Formationsflug. Die besten Piloten der Community fliegen, die restlichen Bewohner schauen zu und machen Picknick. In amerikanischen Gated Communities geht es also nicht nur um Sicherheit, sondern auch um ein Gemeinschaftserlebnis. Das hier ist eben auch ein Spielplatz für Erwachsene. Und nicht nur ein Wohnviertel mit Zaun drum. In Berlin gibt es die umzäunten Siedlungen aus pragmatischeren Gründen. Es geht um Sicherheit, nicht um Spaß. Diese vergitterte Wohnanlage gilt unter Kritikern als eine Vorstufe zur Gated Community. Hinter dem Zaun sind aber ganz normale Wohnungen. Das ist mittlerweile hier schon Mode und deswegen erwöhnt man sich so langsam dran. Ich verstehe durchaus auch die Leute, weil sie einfach auch Angst haben vor Überfällen vielleicht, auch vor Neid. Ob dagegen der Wachmann hilft, wie in diesem Neubauviertel? Das Versprechen von lückenloser Sicherheit, wie in den amerikanischen Communities, gibt es schon mal. Damit sich das Konzept bei uns auch durchsetzt, braucht es aber noch jede Menge mehr Spaß hinter dem Zaun. Huch, hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde, jetzt könnt ihr Abo abonnieren. Ja, genau. Jetzt hier draufklicken, es gibt Neues aus der Galileo-Welt. Jetzt hier draufklicken, es gibt Neues aus der Galileo-Welt.